Herr Richter, ich wollte mich herzlich für einen tollen Service bedanken, das war wirklich großartig. Ja, das freut mich. Ach, kommen Sie mal. Dankeschön. Der beste Wagen. Immer wieder gerne. Herr Richter, Sie wissen ja gar nicht, was Sie für mich gemacht haben. Sie haben mich gerettet. Ich bin so begeistert. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Der ist für mich? Ja, bitte passen Sie gut auf ihn auf. Das mache ich. Danke, Wahnsinn. Ich bin so begeistert.